Musik Wie leitzig? Lalalalalalalalalalalalalala Mh, na gut Ich hole Zombie-Geräusche, aber es ist nicht kein Zombie. Haben wir denn hier, wenn wir noch irgendwas eingeschmolzen? Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Nein, 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 nein. Dann kommen wir hier in die Kiste mit dem Stuff und mal den Spaß hier reintun. Das liegt auch immer dazu hier. Dann mache ich schon mal die Spitzhacke. Während wir hier warten. Also hier steht nichts und hier steht auch nichts. Na gut, dann ist wirklich nichts passiert. Oder bin ich jetzt verwirrt? Bin ich jetzt verwirrt? Ich hoffe es funktioniert, ich weiß es nicht. Jetzt muss erst jemand was in den Chat schreiben, dann weiß ich, ob es funktioniert. Das steht gerade bei drei Tonnen grünes Zeug. Warum auch immer. Einmal nur, damit ich irgendwie meine Level zusammenbekomme. Oh, Moment. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Äh, brrrr. Ich könnte mir ein paar Stecksholzkohle machen. Oh, ich brate einfach Kartoffeln ab. Klack. Lalo, 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 lalo. So. Flup, 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 flup. Flup, flup. Was kann man noch brauchen? Braten. Oder was auch immer. Äh, was haben wir hier noch? Rückstoß, Federfall und Schuss sicher. Braucht keiner. Ähm. Da hat ganz sehr Spaß mal rein. Hier ist nicht so weit. Auch hier ist es nicht unbedingt, ob ich mal abraten könnte. Ähm. Hm. Machen wir doch noch einfach, äh, zwei Stapelsteine. Weil einfach, einfach, einfach ist. So. Klack, 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 klack. Nein, nein, haben wir es geschafft. Nein, nein, haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Hahaha. Ich glaube ich nehme mal so einen Stecker Doppel mit an. Oh, diese elende Warterei, Warterei, ich hasse sie. Ich nehme mal noch hier einen mit, denn das kann jetzt alle, das packe ich jetzt alles hier rein. Der kann dann dementsprechend hier her. Und klack, 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 und hepp, und hepp. Jo. Und mein Geld dafür mache ich mehr Bonus. Na komm schon. Ja. Na also. So. Weg damit. Und. Weg damit. Und. Ähm. Da. Ich will Glück 3 haben. Ja. Glück ist echt selten. Also da kannst du echt lange mal was bekommst. Glück 3, Effizienz 4, Glück 1. Nehmen wir die. Hält zwar nicht so lang, aber dafür ist sie sehr effizient und hat Glück. Dann nehmen wir so ein bisschen Eisen mit. Vielleicht nicht ganz so viel. Huch. Und dann geht's los. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich glaube, ich gehe ein bisschen unter das Meer oder sowas in die Richtung. Irgendwo da wird sich schon eine coole Hülle finden lassen. Ich bin mir sicher, dass wir da was haben. Kann es aber nicht versprechen. Lalalala. Während ich gerade auslaufe, greife ich mal her. Die Switch soll mal aussehen. Das jetzt ja. Weil im Twitch habe ich ja immer noch eine Webcam an. Die ich beim Netzplan nicht mit einfügen würde, weil das nicht zu viel Arbeit wäre momentan. Ich habe ja nur noch 2 der Spaces wieder laufen. Sonst darf es jetzt erstmal wieder ausgesagt. Das ist mir einfach ein Grunde, da ich Don't Starve jetzt so oder so aufgehört hätte. Und ein anderes Let's Play dafür eingefügt hätte. Aber wenn ich jetzt 12 Tage oder 10 Tage bevor ich abreise noch ein anderes Let's Play mache und das dann wieder abbrechen muss, das wäre richtig assi. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann höre ich mir gleich auf. Breche ich es gleich ab. Und ja, wisst ihr Bescheid. Eine Folge Don't Starve kommt noch. Das ist eine separat aufgenommene Folge, wo ich euch was zeige. Den Screed Show von Don't Starve. Da wollte ich eigentlich zu Halloween raushauen, habe es aber nicht gemacht. Und die kommt noch und ansonsten war es das eigentlich. Aber man kann das ja gerne nochmal wiederholen, das ist ja kein Problem. Da habe ich schon ein Höhlengeräusch gehört und da ist schon eine Höhle. Ewigste Höhle ever. Ewigster Wasserpack ever. So, raus hier. Ach, sieh mal einer an. Das ist ja interessant. Hier ist also Sumpfgebiet und Extreme Hills. Ja, das gefällt mir. Da will ich doch runter. Da fehlt mir gleich noch ein paar Markte. Das gefällt mir. Die Frage ist, wo komme ich runter? Stirb. Hier geht es so auf, rauf, rief, ruf, raff, 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 raff. ifot, raff, 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 raff. Ah, da. Oder hier? Ne, eher hier. Ja, nice. Wieso habe ich eigentlich momentan keinen Shader mehr? Ich weiß es nicht. Boah. Echt, jeder fällt, ne? Ohne Frage siehst du hier gar nichts. Das ist echt ziemlich geil gerade so. Habe ich gerade voll Bock drauf. Ich frage mich, warum ich den Shader nicht angemacht habe. Das hat mir sogar in meinen Kommentaren geschrieben. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und ich Idiot habe es nicht gemacht. Typisch Neverguess. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, dass ich den Shader es jetzt anmache. Oh, das ist echt gar nichts. Hier haben wir natürlich noch eine Eisenspitze mit. Und die gute Spitze ja gar nicht kaputt zu machen. Uh, gruselig. Das sieht doch gut aus. Klack, klack, klack. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. probability, klack, t juste nicht her. Hausdruck, klack, klack, kßten? Die Kognitze wird v全部 kiamente am Tag halten bei пол extreme点 her. ah.: � so hier noch schon alles mitnehmen mal schauen was uns da unten so erwartet habe ich gespannt ob die race minimap uns auch dungeons anzeigt das läuchte da so groß ist geil eisen gefunden wir haben eisen gefunden und wir müssen es mitnehmen denn wir haben nicht mehr viel das war das ausleuchten hier na ich hatte was gehört mach ruhig hütensturz mit dir nicht creeper viel ich habe mich bloß wo ich hier noch hinkomme das sieht bei mir in einer sehr vielversprechenden höhle aus und das gefällt mir vielleicht finden wir hier unten auch ein paar von den viechern die wir die ganze zeit schon suchen was war das denn für ein face bug gerade hallo holster ich habe bisschen angst hier unten ich weiß nicht warum eigentlich bin ich gut gerüstet ich habe das gefühl dass mich gleich irgendwas wegschratzt so flug weg bist du so hier leib ich dazu nehme ich mir der angst mit es ist ein sehr wärmvoller rohstoff der kleine hässliche bruder von diamant oder die schwester wenn ihr bei der blister zu weiblich oder männlich ist könnt ihr euch jetzt ausdenken so wow alles down da gehe ich erstmal noch nicht lang stirb man nennt mich auch den skill master 5000 was haben wir denn hier was haben wir denn hier was haben wir denn hier